Hä!? Ich nehme den Ballright nicht. Ha, ha, fuck! Achtung Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig! Wir spielen heute wieder eine Runde GTA 5 Cast Maps zusammen mit dem Hero... Hallöchen! Wallrides aren't forever. Wallrides aren't forever. Hehehe. Heißt, wir fahren keinen Wallride out. Man weiß es nicht. Vielleicht fährt man auch einen Wallride, der nicht zu Ende geht oder so? Ja komm ey, lass locker, ich weich schon aus. Willst du die Korre nehmen? Nein! Ich glaub, der hätte das voll in die Wand. Deine Obststelle? Nein! Oh, man muss durch die Obststelle! Und er landet daneben. Ich krieg ihn trotzdem, aber ich bin trotzdem daneben. Du erst recht. Aber du schaffst den Woibert ja eh nicht First-Tribe, Kollege. Wir werden's sehen, wir werden's sehen. Wenn ich ihn nicht schaffe, dann du erst recht nicht. Ja, easy First-Tribe. Ich seh's jetzt schon. Oh, diese Ruhe hier vorne, Alter. Noch, noch, Kollege. So, erstmal zur Werkstatt oder was? Ja, fahr zur Werkstatt, wenn du ein Mann bist. Ne. Wenn du ein Mann bist. Sagt die Frau, weißt du, vom Dienst, ey. Ja. Haben wir nicht letztens bei Twitter festgestellt, dass du die Frau bist? Ne. Kann man nicht. Mit deinem Gleich und dann kommst du 20 Jahre später. Und aufm Haus. Nice. Und richtig geil gelandet. Und jetzt kommt irgendeine, aber es ist kein Wallride. Ja, ich bin auch richtig geil gelandet auf dem nächsten Haus. Jetzt kommt der Wallride. Komm schon, First-Tribe. Komm schon, komm. Eh nicht, eh nicht. Ja, easy. Easy. Hä? Ich nehm den Wallride nicht. Fuck. Oh, da ist Fresh schon wieder richtig am abkacken hier. Und er kann die Spieleliste nicht mal mehr gewinnen, selbst wenn ich nichts mache. Null. Ich schaff's immer noch nicht, Mann. Was ist denn hier los, Freunde? Hiro in alter Form. Hiro in alter Form. Fresh auch in alter Form. Ok, Runde 2. Na, ich muss immer noch den Wallride erstmal schaffen. Irgendwerte man in Speed, glaub ich. Nein, ich bin in den Obststab gefahren. Ach, wir haben Waffen an? Oh, come on, was ist denn hier los? Er schafft den Wallride nicht. Als ob du denn gleich schaffst. Als ob da nicht 100 Haftbomben liegen. Als ob da nicht 100 Haftbomben jetzt liegen. Ne, alle aus Minen. Ja, leider nicht. Komm, eine kann ich mal legen, damit der Rage komplett ist. Wagt dich, Kollege. Ist schon gelegt. Irgendwann wirst du sie sehen. Hauptsache, du überrundest mich nicht, ja. Ja, du hast es geschafft, oder? Ja, jetzt gerade. Das ist Freshs Ziel, jedes Mal wenn wir spielen. Hauptsache, du überrundest mich nicht. Ich erinnere da heute an eine Runde, wo ich dich überrundet hab. Ja, ja. Lügen. Alles Lügen. Lügen. Ja, ja. Sieht man in einem meiner letzten Videos, Freunde. Das Video wird wahrscheinlich heißen, Hero locker abgezogen oder so ähnlich. Ja, und es ist die übelste Montage, ist alles gelogen. Die übelste Montage. Ja. Du glaubst, ich lande schon wieder daneben. Und war right? Ewats. Und first try, Junge. Ja, das ist halt echt. Richtig easy. Richtig lächerlich. Richtig easy. Ich weiß gar nicht, wo du da Probleme hattest, Alter. Da krieg ich schon wieder irgendwelche Punkte und BOOM! Also Fresh, stand alone. Die Annäherungsmine war richtig unnötig. Ach, das war schon unnötig. Richtig unnötig, ey. Das Unnötigste was geht, weißt du? Diese Annäherungsmine. Ey komm, ich hab sie extra auf der Straße geleckt und nicht zum Beispiel in diesem engen Gang da. Richtig unnötig. Oh, schafft das noch? Er zieht nicht! Oh doch. Am Ende nicht. Ja, wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Map wieder. Bis gleich. So, willkommen zurück. Nächste Map. Boywide V4. Drei Runden, meine Freunde. Hiero wird also dreimal überrundet, würde ich sagen. Ja. Bleib mal am besten direkt stehen, weil du schaffst es eh nicht weit. Okay, ich lass hier 5 Sekunden. Als ob, Junge. Du hättest es auch einfach instant bereut wahrscheinlich sein. Alter, was zum Geier. Da zieht er vorbei! Hast du den Punkt? Ich hab den Punkt. Geil, Alter, was für ein Pro-Move. Pro-Hero. Pro-Hero. Das war wohl lang, Alter. Richtig geil vorbeigezogen und dann auch noch den Punkt kassiert. So muss das sein. Oh man, lächerlich einfach schon wieder, Freunde. Fängt schon lächerlich an. Aber es wird besser, glaubt mir. Wie war das mit dem Überrunden, Alter? Ja, mach ich gleich. Warte ab. Oh shit. Warte ab. Kommt gleich hier. Ey, ich lande richtig geil überall die ganze Zeit. Was mach ich? Nächster Wall-Ride. Was ist hier verkehrt, Freunde? Guckt euch das an, wie ich fahre, Alter. Wie ein Gott. Okay, ich hab's nicht sagen sollen. Nein, direkt in die einzige Lücke, die es da wahrscheinlich gibt, ey. Direkt von Gott bestraft worden einfach. Instant. Warum benutzt du meinen Namen, du kleiner Fisch? So, jetzt aber. Ja. Hä? Hä? Wie? Oh, da kommt ein Fisch geflogen. Was? Wie soll ich denn da reinkommen? Oh, da muss man noch weiter. Ach, man muss hier den Wall-Ride weiterfahren, oder was? Nee. Hä? Doch, da ist doch der Punkt. Nee, da ist gar nichts. Hä? Hast du nicht den Punkt bekommen? Nee, ich hab hier irgendeinen Punkt nicht gepunkt, Alter. Hahaha. Ach, Alter, wie fahre ich denn? Hier muss ich einfach geradeaus fahren. Nein! Alter, wie lächerlich. Nein, fuck. Jetzt zieht Fresh echt noch vorbei, ne? Ich bin ja schon vorbei, theoretisch. Ja, ja. Praktisch? Landet man hier so kacke? Ich hab das nicht gerafft, dass ich hier weitergehe. Ich dachte, man muss da links runter, Alter. Hab da nen Punkt-Übersprung, irgendwie. So, jetzt hab ich ihn. Fuck. Egal. Weiter geht's. Ich geb den Tipp, nicht respawnen, wenn du den Jump verkackst, sondern irgendwie probieren zu schaffen. So. Wahrscheinlich muss ich respawnen. Mann, kommt hier nicht hoch! Alter, wie geil war das denn? Du hast den Punkt am Boden schon bekommen, oder was? Ich hab alles gekriegt. Zwei gleichzeitig. Ernsthaft? Ohhhh. Weil wenn man da respawnt, dann ist das mega kacke, dann muss man hier so mega weit lang fahren. Kannst aber außenrum fahren, oder nicht? Da runter. Ne, da ist so ein komisches Ding im Weg. Geil. Oh, da wird's. Das macht echt keinen Spaß, sowas. Runde zwei. Fresh, ich komme. Finally hab ich den Punkt. Kurz mal wieder hier rausgemacht. Freunde, Freunde, Freunde. Jetzt müssen wir natürlich Ultragas geben, um hier nochmal einzuholen. Ja. Und das ist ja kein Thema für uns. Da lügt er sich selbst an, um nicht den Spaß zu verlieren, Leute. Hahahaha. 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 Gar ich jetzt weiß, wie ich so im Scheiß hier fahren muss, wirst du mich glaube ich nicht mehr sehen, also. Seid, ich fahr viel zu langsam, Mann. Nein. Was hat's jetzt noch hier? Ja, ich hab keine Lust mehr. Hahahaha. Mein Gott. Leider ist er schon. Shit. Jetzt hab ich doch genug Speed. Hast du das? Ja. Ich hab zu wenig, glaube ich. So, und jetzt ist der Wallride. Hä, wie konntest du da zu wenig haben? Ich hab vor dem Wallride erst gestartet und hatte genug. Woah, aber ich hab den Fall noch nicht. Ganz im Glück. Ah, du musst respawnen auf dem Wallride. Geht das überhaupt? Jaja, da unten ist ein kleines Dach mit Rampeln. Komm schon. Ja. Wieder perfekt unten reingeflogen. So muss das sein. Hoffentlich schafft es Fresh wieder nicht. Doch, diesmal hab ich's. Diesmal hab ich's, Kollege. Ja, 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 ja. Das gibt es nicht. Doch, gibt's. Doch, gibt's. Halt's mal. Runde 3. Okay, mit überrunden wird nix, glaube ich. Niemand wird überrunden. Auf keinen Fall. Also du fährst natürlich am Ziel vorbei. Und fährst nochmal ne Runde, ne? Dann zählt das jetzt überrunnen. Ja, ja, na klar. Ich weiß auch genau, wo man langfahren muss und so. Kann ich dir genau sagen. Kein Themen. Ich bin zu weit für den Punkt. Guck mal, wo ich lande. Ach, und dann kann man von hier nicht mehr dahin. Tschau. Ach, tschau. Okay, das wird vielleicht doch keine Nullerrunde. Mal gucken. Doch, ich glaub schon. Ich muss jetzt gerade hoch. Wo hoch? Ja, da hoch auf dieses eine Ding, ne? Ja, ich hab schon wieder verkackt. Warum verkack ich denn jetzt den scheiß Wallride die meines Zeit, Mann? Hiro, ich bin da. Vielleicht. 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 Du kriegst ja keinen Grip, ey. Was ist los? So, jetzt müssen wir runterfahren. Kämmer. Und hier kein Respawn. Doch, hier muss ich auch respawnen. Bist du schon auf dem Wallride? Ja. Du? Ich fahr jetzt gerade runter. Oh, das wird knapp mit dem Loch. Scheiße, ich schaff's nicht. Oder? Doch, ich schaff's. Ja, schaff's dir doch. Wenn du jetzt richtig landest, schaffst du das ein Ziel. Er schafft's nicht. Doch, ein Ziel schaff ich's. Oh, scheiße. Aber... Es sah aus, als wärst du nicht richtig gelandet. Doch, doch, das passt schon. Aber er verliert halt schon wieder, ne? Mal wieder, Alter. Leute, zieht euch jetzt gleich mal eine Liste rein. Wird ja keiner sehen. Ach, weil du liebst da mit deinen 60 Punkten? Ne, das zeig ich doch nicht. Ich sagte, mach doch vorher die Abmacht. Wie, ich kann das auch zeigen? Ne, geht nicht. Na klar. Außerdem hast du doch keine Zuschauer. Schocken alle bei mir, Freunde. Alle bei mir. Ja, das stimmt. Von daher, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut aber hier vorbei. Bis dann. Tschau.